Wollen wir nochmal lesen. Das ist schon traurig, hier die Kinder, ne? Schon echt traurig mit den Kindern. Ich weiß schon, was du willst. Das hier bewegen. Und schieben. Oh, los. Halt. Oh. Okay. Ich guck grad, wo alt ist. Das ist mein Ernst. Und rüber. Und Licht an. Okay. Ähm. Da ist die Frage, wo ich hin will. An ihr vorbei? Ich glaub, an ihr vorbei muss ich. Guckt die mich an? Jesus. Hm. Oh Gott, ich find das hier nicht schön. Ich will hier lang. Ist das die komische alte Frau? Bitte bring dich nicht um. Okay, mach's bitte. Okay. Mach das. Ich verpiss mich. Das Tor ist offen, oder? Nein, das Tor ist nicht offen. Ich will hier raus. Oh Mann. Okay, wir kommen hier schon irgendwie dran vorbei. Wenn wir ganz vorsichtig sind. Und ganz langsam. Sie ist ja gerade eh voll beschäftigt. Was zu lesen. So viel. Okay, Kapitel 10. Halt bitte die Schnauze. Also, ich will gerade was vorlesen. Ähm. Kapitel 10. Erstens. Sein Zeitgerl der Herr mit das Werk, das auf dem Ambos. Ambos Tempel Gates geschmiedet werden soll. Eine Klinge scharf. Eine Klinge scharf, dass sie selbst die Kette durch spinnenäugigen Lammes schneiden kann. Zweitens. Und ich versammelte meine Jünger aus dem Land Al-Bakuk. Unterstadt Holy Faith und von den impotenten Apokalyptikern in Los Alamos. Diese Frau. Drittens. Ständig gejagt von den Zölnern und ihren Steuersammlern. Gehetzt wanderten und wuchsen wir zu einem Stamm durch die Wüste. Viertens. Der Herr gab ihr Zechel mehr Frauen als Brüder, doch ich wies keine ab. Weder Diebe noch Huren. Vergewaltiger, süchtiger, äh, süchtige, Mörder, Kinderschänder, Krüppel. Fünftens. Und ich fragte den Herrn um Rat wegen der Versuchung vieler Frauen und eine Stimme starken Weine sprach. Kennst du nicht Abraham, Jakob, David und Salomon? Okay, ich bin verwirrt. Sechstens. Ich befehle nur, dass keine Frau gegen ihr Schwester eifert. Entdecke nicht den Körper der einen, solange die andere lebt. Siebtens. Und nimm nicht deine Töchter über ihre Mütter für ihrem ersten Blut oder wenn die ältere noch lebt. Achtens. Und deine Frauen und Töchter werden deine größten Krieger haben. Ein Wimpel mit Waffen, die weihen. Neuntens. Und es sei an dir, Kinder mit diesen Frauenzeugen und Kinder mit diesen Kindern und Kinder mit diesen, bis dein Blut eine Nation ist. Und es sei an dir, Kinder mit diesen Frauenzeugen und Kinder mit diesen Kindern und Kinder mit diesen. Das ist voll eklig. Bis dein Blut eine Nation ist. Oh ja. Und von dieser Nation wird der Feind entspringen. Ja, wenn du die ganze Zeit mit deinen Kindern darum machst, dann wirst du eine riesige... Hattest du mich gerade gesehen? Gott, ich hoffe, ich habe mir nicht so eine Angst. eine Batterie bräuchte ich mal, ne? Oh, da ist eine. Danke, meine Gebete wurden erhört. Obwohl ich nicht mal bete. Oh, dein fucking ernst? Ist es hier ernst gerade? Gott, ich dachte... Die ist ja kacke. Manu! Arschkuhl. Manu, muss sie so gemein zu mir sein? Hat doch gar nichts gemacht. Wo bin ich? Hä? Wo bin ich? Was? Was ist passiert? Hä? Bin ich jetzt da rüber oder nicht? Wo ist sie denn jetzt? Wo komme ich her? Hä? Wo muss ich lang? Wo komme ich hier? Ich bin verwirrt. Wo komme ich von da? Ja, ne? Wo ist sie denn? Da ist sie. Hä? Ich will nicht mehr. Wohin muss ich in das Haus? Nein. Oh Gott, ich will nicht mehr. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt hat sie es geschafft. Jetzt hat sie es wirklich geschafft. Ich will nicht mehr irgendwo lang. Da lang? Und da kam ich... Da bin ich schon lang gegangen, ne? Oder nicht? Äh, Ich weiß nicht... Oh Gott, hat mich da gerade irgendwie angegriffen? Ich bin so verwirrt und ich sehe kaum was und das macht mich ganz nervös. Oh Mann, ich will nicht mehr. Batterie! Ist sie hinter mir? Das ist hinter mir. Oh Gott, ich will nicht mehr. Verpiss dich bitte. Was zu lesen? Ah! Ja! Geil! Danke! Ja! Oh Herr! Oh Herr! Ich bereue von ganzem Herzen den Propheten, die Zeche beleidigt zu haben und ich verabsteuge jene Sünden, den ich... den ich beleidigte und meinen Herrn, da gut ist und meine Liebe verdient. Ich verdiene und ersinne die Strafe, bis mir eine Zeit gegeben ist, zu der ich durch deine Liebe und Gnade und dieses Propheten nicht mehr sündige. Okay. Das ist zu verwirrend. Bin ich richtig oder bin ich nicht richtig? Ich weiß es nicht. Keiner kann mir das sagen, glaube ich. Verstecken. Bin ich jetzt einmal im Kreis gerannt? Ne, wo bin ich? Gott, keine Ahnung. Wolland muss ich? Gott, keine Ahnung. Ich will nicht mehr. Ja. Das ist verständlich. Danke. So, gerade ein bisschen zu sparen. Ich dachte gerade, die Flasche ist durchsichtig. Also so, ähm, richtig durchsichtig halt, ne? Ach so, Batterie. Ich war gerade voll... Kann ich mich hinsetzen? Fast. Das war fast der Stuhl. Okay, dann kann ich nicht. Ich kann mir schon etwas vor, oder? Ich bin froh, wenn ich dieses Spiel durchhabe. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Rüber! Oh Gott. Kann ich hier nicht lang? Bitte. Komm schon. Ich will da durch. Ich will nicht mehr. Wie lang muss ich denn dann, wenn ich hier nicht rüber kann? Verstecken will ich nicht. Da rüber! Oh, verdammt. Wo lang muss ich? Ich kann nicht in das Haus rein, ne? Och Mann. Wo denn dann lang? Ich weiß es nicht, aber ich will es wissen. Von da kam ich doch jetzt. Das Wasser, da will ich nicht reinspringen. Oh Mann, ey. Oh, da kann ich durch. Ich habe es nicht gesehen. Oh mein Gott, da durch. Geschlittert, Alter. Richtig krass. Ähm. Okay. Mal wieder Köpfe. Da ist nichts. Und hier. Da ist. Okay. Okay, warum habe ich da reingeguckt? Warum habe ich da reingeguckt, liebe Leute? Warum? Bin ich irgendwie behindert? Ja. Nicht, nein, nicht so langsam. Ich will es immer langsam machen, aber ich bin zu ungeduldig. Und dann drücke ich immer richtig doll auf die Taste und dann lasse ich wieder los. Hallo? Oh Mann, oh. Oh Gott, ich habe Angst. So was macht mir Angst, wenn es nur ein Gegner ist und der die ganze Zeit hier rumwandert, ja? Könnte mir jemand sagen, wo sie ist? Jetzt bin ich schon wieder hier. Hä? Hä? Was ist denn hier los? Wolange soll ich... Hä? Ich bin total verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll und was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Och Leute, sag nur noch einfach, gib mir fette Pfeile und die mal sagen, wo lang ich soll. Das finde ich nicht schön. Hier. Hier lang? Aber warum hier lang? Davon kam ich gerade, ne? Ja. Ach so, das ist da das hier. Oh mein Gott. Bring mich um. Bring mich um. Bring mich um. Danke. Das hat sich nur gewehrt. Das hat sich nur gewehrt, ja? Also bitte. Keine Panik jetzt hier. Oh Mann, ey. Leute, das ist nicht lustig. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Sie läuft mir da her. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fickt euch alle. Oh mein Gott. Fickt euch alle. Okay. Hi. Hi. Deswegen kann man hier so rumlaufen, ja? Okay. Okay. Ach so, wieder rüber. Ja, ich konnte nicht lang, okay. Jetzt verstehe ich das natürlich. Und es tut mir leid, dass ich das nicht vorher gesehen habe. Batterie? Batterie? Danke. Deswegen soll man so im Kreis rennen können. Verstehe. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja die ganze Zeit hier. Ist ja doch irgendwie loswerden können, oder? Okay. Schleck dich. Die hat mich nicht gesehen. Die hat mich nicht gesehen. Oh, noch hat sie. Oh mein Gott. Ach Leute, ihr seid doch alle kacke. Wenn die die ganze Zeit da ist, wie soll ich denn da abhauen? Was ist denn, bin ich verletzt? Das ist kacke. Ja, wie soll ich denn hier mich verstecken und so? Die ist hinter mir her, ne? Ja, Trick ist die hinter mir her. Die ist genau hinter mir. Was soll ich denn machen? Dieses Spiel, ne? Es ist super. Die sind hinter mir her. Also, was soll ich denn da tun? Entschuldigung, aber es geht nicht so einfach. Oh mein Gott, red mich dieses Spiel auf. Wann, wenn ich jetzt hier bin? Jetzt ist sie schon wieder hier, Mann. Weil ich kann mich auch eh nicht vor ihr verstecken. Ist einfach so. Die ist direkt hinter mir und die ist nicht so schnell. Äh, die ist... Megaschnell, meine ich. Kann ich mich gleich irgendwo hier verstecken? Ja, was denn? Wo denn? Ach, da. Oh, ist das kacke. Das war bestimmt direkt hinter mir, ne? Verstecken. Versteck dich. Habe ich doch eh gesehen, Mann. Habe ich doch eh gesehen. Das ist zum Kotzen. Ich würde, die geht gleich zurück da und würde mich dann da schnappen. Irgendwas spielert mich wirklich ein bisschen auf. Geh raus. Geh raus. So. Ach, sie ist noch da. Wo denn? Oh, hier. Danke. Oh, sie macht irgendwas kaputt. Oh. Euch verstecken. Oh, sie macht da irgendwas kaputt. Okay. 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 Ist sie hier noch irgendwo? Oh, ja. Ruhig. Hör, hallo. Boah, ich bin so schlecht in diesem Spiel, ne? Oh. Schrecklich. Oh, sie ist hier noch irgendwo. Da. Wahrscheinlich ist sie ein bisschen vor mir. Ich hoffe, sie geht gleich weg. Wäre schön. Ich hätte es eben doch bestimmt geschafft. Aber ich dachte, sie ist ganz nah bei mir. Ist sie jetzt weg? Ja. Raus. Er will immer nicht... Hä? Dein Ernst? Was ist das denn? Die war eben nicht da. Hä? Was? Ich habe mich doch gerade umgedreht. Ist das dein Ernst, Weib? Meine Güte, ich bin gerade schon mal total... Oh, dein Ernst? Verpiss dich doch! Was ist denn hier fucking Problem, Mann? Ich bin da durch. Ey, ganz ehrlich. Oh, die kommt her. Die ist genau hier, ne? Aber guck mal, ich drehe mich die ganze Zeit und dann habe ich keinen Sound. Und dann fahre sie plötzlich hinter mir. Aber ich habe mich aber die ganze... Ich habe mich einmal rumgedreht. Das ist so ein Scheißspiel. Entschuldigung, ich reg mich nur auf. Was unfair war. Wenn ich jetzt rausgehe, ne? Ist sie bestimmt hier irgendwo. Wette ich mit euch. Ich wette es einfach mit euch. Geht's einfach zurück? Was kann ich nicht machen, weil sie da hinten ist? Okay. Oh, natürlich jetzt... Was ist denn da schon wieder? Mann, ihr lauft ja die ganze Zeit rum. Ich kann nicht mal ein bisschen mich bewegen. Regt mich schon wieder auf, ihr Scheiß. Bewegt das. Okay, springt rauf. Und da rüber. Aber dann ernst. Er hat es nicht geschafft. Können wir nicht dann ernst sein, oder? Wo ist sie eigentlich? Sie da? Herr, wo ist sie denn? Anscheinend ist sie da doch gar nicht. Hä? Ich bin da schon ganz dran. Ja, dann... Und spring. Hä? Ich bin mega überfordert von dem Scheiß grad hier. Ich will da rein. Ich will da rein. Hallo? Hat jemand ein bisschen Liebe für mich? Ich habe keinen Bock mehr. Liebe? Reicht doch, wenn du mir... Reicht doch, wenn du mir eine Batterie gibst. Ich hätte gerne eine Batterie. Bitte. Hallo? Niemand da. Nice. Batterie. Danke. Zu freundlich. Weil dieses Spiel macht mich fertig, ne? Wie soll ich mich so darauf gefordert, das Spiel zu spielen? Keine Ahnung.